Aus dem Johannes-Evangelium. In jener Zeit ging Jesus an das andere Ufer des Sees von Galiläa, der auch See von Tiberias heißt. Eine große Menschenmenge folgte ihm, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus stieg auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern nieder. Das Pasha, das Osterfest der Juden, war nahe. Als Jesus aufblickte und sah, dass so viele Menschen zu ihm kamen, fragte er Philippus, wo sollen wir Brot kaufen, damit diese Leute zu essen haben? Das sagte er aber nur, um ihn auf die Probe zu stellen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, Brot für 200 Denare reicht nicht aus. Wenn jeder von ihnen auch nur ein kleines Stück bekommen soll. Ein anderer Jünger, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, sagte zu ihm, hier ist ein kleiner Junge, der hat fünf Gerstenbrote und zwei Fische. Doch was ist das für so viele? Jesus sagte, lass die Leute sich setzen. Es gab dort nämlich viel Gras. Da setzten sie sich. Es waren etwa 5000 Männer. Dann nahm Jesus die Brote, dankte und teilte an die Leute aus, so viel sie wollten. Ebenso machte er es mit den Fischen. Als die Menge satt war, sagte er zu seinen Jüngern, sammel die übrig gebliebenen Brotstücke, damit nichts verdirbt. Sie sammelten und füllten zwölf Körbe mit den Stücken, die von den fünf Gerstenbroten nach dem Essen übrig geblieben waren. Als die Menschen das Zeichen sahen, das er getan hatte, sagten sie, das ist wirklich der Prophet, der in die Welt kommen soll. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Wenn man das so liest, wir nennen es die wunderbare Brotvermehrung, dann denkt man ein Wunder. Jesus tut ein Wunder. Und dann kommt sehr schnell die Frage, wie macht er das? Kann das sein? Wie geht sowas? Es interessiert den Text offensichtlich nicht, wie Jesus das macht, sondern nur, was hier geschieht und vor allem, wofür das ein Zeichen ist. Es ist interessant, dass im Johannes-Evangelium das Wort Wunder nicht vorkommt, es immer nur von Zeichen gesprochen wird. Ein Zeichen für eine grundkonstante christliche Existenz und damit eigentlich auch menschliche Existenz. Zunächst wird da ein totaler Mangel geschildert, eine Überforderung, eine Resignation, ein unlösbares Problem. Kennen wir genug in unserer Zeit, ganz konkret nach der Hochwasserkatastrophe. Aber ich denke, jeder von uns hat dieses Gefühl einer Überforderung. Und dieses Unlösbare, das zeigt sich vor allem in der Gesamtanalyse. Sondern man steht davor und sagt, nee, das geht nicht. Was kann man da machen? Das Problem aufschieben geschieht oft oder wegschieben. Bei den anderen Evangelisten wird sogar gesagt, Jesus soll die Leute wegschicken, weil es bringt nichts, es geht gar nicht. Der Lösungsansatz liegt bei dem, was da ist. Und zwar in dem Sinne, es ist ja etwas da, es ist da, es gibt etwas. Auch wenn es nur ganz wenig, ganz klein ist, hier diese fünf Brote und diese zwei Fische. Es ist da, es gibt also kein Alles oder Nichts oder kein Zuwenig, dass gar nichts mehr geht. Da fängt hier etwas an. Das heißt, wenn wir genau hinschauen, gibt es tatsächlich einen Drehmoment oder Kippmoment, wo diese resignative Situation tatsächlich sich ändert. Und zwar ist das ein kleines Wort. Ich habe es vorhin auch fast verschluckt. Fast beiläufig wird gesagt, Jesus nahm die Brote. Und wörtlich steht da, dankend reichte er sie und seine Jünger weiter. Dieses Dankend, Eucharistezas, das ist wirklich auch grammatikalisch total beiläufig. Aber in diesem Wort, an dieser Stelle steckt der Kipp- und Drehmoment, weil auf einmal wird das Wenige, was da ist, diese paar Brote, werden in Beziehung gebracht zur Lebensquelle überhaupt, zu Gott selber. Und dieser Dank ist deshalb zugleich das, was wir Segen nennen. Etwas wird in Beziehung zur Lebensquelle gebracht. Und das löst eine total vielschichtige Dynamik aus. Die Jünger fangen an auszuteilen. Möglicherweise oder sehr wahrscheinlich hatten die Leute dann doch auch Brote bei sich. Das ist im Orient eigentlich nicht üblich, dass man ohne Brot aus dem Haus geht, zumindest in damaliger Zeit und sehr lange noch. Das heißt also auch, diese Leute wurden von dieser Dynamik, die dieses kleine Wort Jesu, diese kleine Haltung in Bewegung gesetzt hat, irgendwie ergriffen. Es kommt etwas in den Fluss, auf verschiedenste Weise. Nicht nur, dass jetzt geteilt wird, das ist ein Teilaspekt. Es kommt tatsächlich etwas in den Fluss. Überwundene Angst. In der Resignation oder Angst, etwas abzugeben, etwas zu verlieren. Wir kennen doch auch angesichts unserer großen Herausforderungen, unsere Ängste. Wir könnten und müssten irgendwas verlieren. Wir merken aber, wenn wir die Probleme aufschieben, werden wir vielleicht alles verlieren. Das heißt aber, Segen, auch ganz klein, hat immer eine Rückwirkung auf den Menschen. Es gibt ihn nie ohne Rückwirkung auf den Menschen. Eine Wirklichkeit, die aussichtslos erscheint, wird ganz klein aufgebrochen. Und wenn wir das da wörtlich nehmen, Eucharistezas, dankend, reicht Jesus das weiter, kennen wir das Wort, weil wir das ja gebrauchen für das, was wir im Gottesdienst tun, Eucharistie. Das ist im Deutschen mal wieder ein Fremdwort. Im Griechischen heißt es einfach danken. Ja, es ist genau das, was da passiert. Das heißt, in der Eucharistiefeier verdichten wir das auch. Ja, wir nehmen das, was wir sind, was wir haben und halten es dankend in die Quelle des Lebens zu Gott und dann passiert etwas. Und das drängt in alle Lebensbereiche. Deswegen ist Eucharistie auch nie was Exklusives, was nur in der Kirche passiert, sondern dieses Danken, dieser Segen löst etwas aus, was in alle Lebensbereiche drängt. Und von einem quantitativen Denken, was immer sagt, zu wenig, zu wenig, kommen wir tatsächlich zu einem qualitativen Empfinden. Denn doch, da kann etwas passieren. Eine Gottesintensität, das löst etwas aus. Und so wächst tatsächlich dann auch Mut zu einem steten Neuanfang. Es sind immer diese Neuanfänge und zwar in der Kraft des Ursprungs, dieses göttlichen Segens, dieses Wissens. Ja, das ist mir geschenkt, das ist nicht von mir. Das ist ein Mittel, was wir brauchen gegen alle Resignationen, gerade angesichts der großen Herausforderungen, die auch immer nur vor uns her beschoben werden. Klimakrise und so weiter. So vieles. Wir haben das ja nicht umsonst hier auch in Grimbo und Rommerskirchen in unser Zeichen, unser Logo gesetzt. Ja, diese segnende Hand Jesu, dieses Zeits, die Segenshand, dieses kleine Zeichen, damit Neuanfänge wagen. Ich kann das selber auch nur so. Ich habe auch permanent das Gefühl, eigentlich bist du hier befordert. Eigentlich ist alles viel zu viel. Ich kann immer nur kleinen Neuanfänge wagen. Vertrauen, das ist ein Vertrauen, das ist gesegnet, das ist irgendwie an der Quelle des Lebens an Gott dran. Tag für Tag. Nur so geht das. Das heißt, für alles, was gilt, was wir irgendwo anfangen, für alles gilt, was wir irgendwo anfangen, es steht in diesem Segen, diesem Zuspruch, dieser Beziehung zur Lebensquelle. Und wir spüren, dass wir das brauchen. Ja, nur so können wir weitermachen. Es gibt keinen Grund zur Resignation. Lassen wir also versuchen, immer wieder etwas in diesem Sinne in Gang zu setzen.